Martin, ganz am Anfang der Brücke aber drauf Ivan. Daneben, oder? Daneben oder drauf? Also ich meine, er wäre abgerutscht. Ja, ich meine auch. Ja, ja, da wo der Ivan drüber ist, ist... Das ist ja irre! Das könnte ein guter A-Design. Daneben, ne? Scheiße! Bachbett! Oh Mann! Schade! Und jetzt kommt nochmal der Spanier, der eben schon mal da war. Guck dir das an! Ist doch einer, gell? Genau, ja. Ich kann jetzt nicht, ich muss filmen. Jetzt mal ran, ich habe meine Brustmasche hier. Uwe filmt. Zähne. Auf geht's. Fynn. 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 Und jetzt Uwe filmt. Ja, Charlotte, ich hör dich. Warte mal, wo ist das angerutscht? Haben wir gesehen. In beiden Wahrständen ist er auch abgerutscht, glaube ich. Jetzt kommt er.